Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Zocky fällt wieder Tour Rock 1. Ja, es ist zum Heulen und Mäuse melken und was weiß ich noch alles, aber manchmal ab und zu läuft es ja gar nicht so schlecht und dann ist es wieder eine halbe bis dreiviertelte voll ganz katastrophe. Ja. Dabei versuche ich da nur meine Plätze zu geben. Ja, ich schwöre. So, Munition sammeln wieder. Boah, ausweigen. Das war nicht schlau. Boah, das kostet gleich drei, ne, wenn sie eintrifft. Schlimm ist das, schlimm. Oh, ah, au. Okay, jetzt haben wir schön viel Leben verloren. Super Zocky. Komm, mach, schießen weg. Boah, jetzt bin ich wieder fast hin. Ne, der Run war scheiße. Ohne Ende. Der Run war scheiße. Das kann man ja gar nicht mal in Worte fassen, wie schrecklich der war. Oh je. Weg. Puh. Weg. Na, ich seh' nicht, wo ich hin darf, rückwärts. Weiß' ja nicht, wo was liegt. Natürlich wieder kein Leben. Und jetzt bin ich gleich wieder kaputt. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ey. Boah. Leute, der Boss ist scheiße. Naja, war klar. Ach, ruft doch den Gatsch, ey. Das ist halt wirklich typisch wieder der Saison, glaube ich. Das ist wirklich, das ist... Ich muss besser spielen, das gibt's ja nicht. So, weg von hier. Ja, ja, rumpel. Oh, schau, guck mal. Hä? Hä? Ich brauche Muni. Munition. Na, wo bist du? Muni, 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 chum. Ich weiß nicht. Wow. Na, das ist saufig. Das ist wirklich seine Arbeit, ich lasse sie. Also, die hier halt, ne? Bapapapapapapapapam. Aha, jetzt haut sie ab. Hast du Angst? Wirst du nicht? Wow. Ah, aber ich werde bald Angst kommen. Ja, ja. Wenig Leben. Das kann ich schon wieder vergessen. Das kann ich schon wieder getrost vergessen. So, was gibt, ey? So ein Mist und nur Munition, ne? Ja. Ja. Das ist... Über ist das. Echt? Mann, ey, das gibt's ja nicht. Ich will das doch nur schaffen. Boi. Wenn ich bedenke, wie viel Schlüssel wir noch nicht haben, ne? Da wird mir sowieso schon schlecht. Falsche Waffe. Das ist ja nicht so. Das ist auch ein bisschen besser Immer, dass sie stecken bleiben, ne? Wow Okay, es wäre gut zu wechseln Mal hier rein Wow Jaja, natürlich gleich wieder beim Eingang stecken Das ist ewigst Neues Jaja Das ist ein Eingang Das ist ein Eingang Das ist ein Eingang Das ist ein Eingang Ja Ja, natürlich ist kein Leben weit und breit Das ist ein Eingang 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 Wow Wow Das ist ein Eingang Das ist ein Eingang Das ist ein Eingang Das ist ein Eingang Ja, kurze fix nochmal Das ist ein Eingang Gibt's hier nicht Ey man, das war so knapp Besser spielen, besser spielen, besser spielen, besser spielen Es ist dann zu schwer Am Ende Jere Nein Geh! Okay, nichts mehr aus hier Okay, nichts mehr aus hier Gratla ficht, du schierst Puh 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 Alter, wieso trifft er mich so weit Hey, das war jetzt aber so schön gespielt, dass bin ich wieder schon tot, ey. Das kann echt nicht mit rechten Dingen zugehen. Bei aller Liebe, da stimmt was nicht. Die cheatet. Ja, die cheatet voll. Das gibt's ja nicht. Blöde Mistkuh. Die cheatet fix. Hundertprozentig. Ich hab nämlich gehört, wie sie bei der Tastatur cheat eingegeben hat. Ja. Kill to rock. Vielleicht genau wieder. Ach, komm, ich sag scheiße, da, ey. Ich muss mal die Saiten wechseln. Boah, ey. Ha! Ja, das ist logisch, dass du mir es da wischt. Was sonst? Das ist logisch, dass du mir es da wischtest. Super. Das ist super Messe, genau Ehh, triff mal was. Katastrosa. Katastrosa. Wenn die Wechsels automatisch treffen wird, ne? Kommt, du schiches Viech! Ist die jetzt Spunky? Wie schiss? Ha, geil, du Spunky. Ha, ha, ha. Jetzt hab ich zurückgecheatet. Wir wollen ihn endlich ziehen. Mistviech. Da der Katz. So, Schwarzhaus. Da, 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 da. So, endlich. Puh. Was bist du eigentlich? Level-8-Schlüssel. Okay. Super. Sehr schön. Was? Wir sind komplett draußen? Sofort speichern. Speichern, wo bist du? Speicher. Wo bist du? Boah, ey. Was da drüben? Bist du narisch? Ja, speichern. Unbedingt. So, hier drauf. So, hier drauf. Ja. Oh. Ha, ha, ha. Schön. Schön. Geschafft. Boah, ich bin jetzt grad ein bisschen heilfroh. Muss ich echt sagen. Ich bin richtig heilfroh. Aber ich fürchte, wir haben auch hier nicht alle Schlüssel, ne? Level-5, Level-7, Level-2, Level-4, Level-6. Da haben wir fix nicht alles, oder? Was haben wir denn? Schlüsselchen. Drei haben wir fertig. Fünf, da fehlt uns tatsächlich einer. Grrrr. Hier eben und da eben. Mhm. Jo. Was ist das? Ach so, Level-8-Schlüssel, der erste. Ach, du heilige. Das ist nochmal ein eigenes Portal. Hehe. Ja. Gut. Ähm. Jetzt müsste ich mich erst einlesen. Ich hab nämlich keine Ahnung. Ähm. Wie immer bei Level-3? Oder war's Level-2 jetzt? Entschuldigung. Äh, ich glaub 3, ne? Na, Level-2, wenn man den Schlüssel kriegt, hab ich keinen Schimmer. Überhaupt null. Und wo der Schlüssel ist, fragt's mich was leichteres. Aber den bräuchten wir unbedingt, den da. Das war jetzt ein Level-8, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf gibt's insgesamt. Okay. Okay. Na jo, dann würde ich vorschlagen, wir besuchen trotzdem nochmal, damit der Part heute noch voll wird, besuche ich mal Level-2, ne? Ähm. 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 Und, ähm, lauf nochmal durch und, ähm, versuche nochmal, noch den einzufinden. Aber, mit Karte diesmal. Ähm. Ich hab wirklich... Ich hab wirklich keine Ahnung. Ähm. Ähm. Wo dieser Kack-Schlüssel... Entschuldigung, wirklich die Wortwahl Kack-Schlüssel. Wie der wo, wie, wann der versteckt ist. Ich hab keinen Plan. Ich mein, wir haben ihn ja schon gesehen, ne? Das ist ja nicht die Schwierigkeit. Wir haben ihn ja gesehen. Aber, wir wissen... Also, ich weiß nicht, wie ich zu dem Schlüssel hinkommen soll. So. 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 Hier geht's ja nur zu diesem... Dings darunter, ne? Das ist ja eigentlich mehr oder weniger... Felix. Sozusagen. Da drüben oben waren wir ja auch schon. Das war ja irgendwie auch Felix. Ich hab da bestimmt irgendwo irgendwas übersehen. Das kann's gar nicht anders sein. Irgend so ein kleiner versteckter Aufgang oder so. Was sollte es sonst sein? Wack, wack. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. So, weil im Wasser haben wir ja auch schon alles. Bam, bam. Bam, bam. 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 Da schaut's auch nach nix aus. Und da eigentlich auch nicht. Wow. Fast runtergefallen. So. Ja. Und zwar Dschungel. Darauf. Ja. Zurück. Bam, bam. Bam. Ich will nur mal zu der Stelle noch hinlaufen. Wie? Ja, das ist... Das ist eine weiße Fleckdome. Das ist Symbol für den Speicher. Das hat jetzt keine nähere Bedeutung. Denke ich mal. Ich hoffe, wir haben das bald erreicht, die Stelle, die mich so stutzig macht. Ich habe auch keine Ahnung, ich meine, wir brauchen den, ne? Sowas wie ein Greifhaken gibt es dann tatsächlich nicht, so wie ich es fälschlicherweise geglaubt habe. Warte mal ganz kurz. Hier drüben? Da ist was komisches. Achso, das war da oben. Hä? Okay. War man da oben schon mal? Eigentlich schon, sonst wäre die Karte nicht aufgedeckt. Ah ja, natürlich. 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 Selbstverfreilich waren wir schon da. Hm. Hihi. Baum, Baum. Baum, Baum. Hui. Hui. Tio. Hm. Heureka. Juhu. Jo, das war natürlich für nix. Hm. Hm. Entschuldigung, ich musste mir gerade die Nase kratzen. Die tust du schon wieder jüken. Jüken die ganze Zeit. Das ist, ehrlich, das ist doch scheiße. Okay, das ist scheiße. So. Wie soll man da hinkommen? Halt, hoppala. Oh, jetzt. Wie soll man bitteschön da hinkommen? Hier, ne? Darüber. Keine Ahnung. Wow. Danke für die Lebenspunkte. Wie soll man da hinkommen? Hm. Sieh ich. Sieht man jetzt eigentlich noch... Schaut, das kommt. Das ist was für uns. Sieht man hier eigentlich noch diesen... Bereich, sag ich mal. Hi. Na, das sieht man nur so. Tja. Da muss es irgendwo per Port runtergehen. Das gibt's fast nicht anders. Wahrscheinlich bin ich einfach nur 20 Mal dran vorbeigelaufen. So wird's dann sein. Wow. So. Ja. Hier bitte. Jo. Zurück. Hoideka. Ich habe noch irgendwie die leise Hoffnung, dass wir ihn vielleicht noch irgendwie finden können. Da drüben schon. Da drüben scheint es ein Tunnelsystem zu geben oder so irgendwie. Wie kommt man da rüber, ist die Frage. Da drüben scheint es ein Tunnelsystem zu geben. Oder... Ja, sind wir da eigentlich schon durchgestiefelt? Das ist mir halt echt ein Rätsel. Das ist mir halt echt ein Rätsel. Das muss ich schon sagen. Was zum Geier muss man machen? Wie kommt man dort hinkommt? Wie kommt man dort hin? Aufs Dach komme ich auch nicht rauf, dass da oben vielleicht was wäre. Sehr mysteriös. Äußerst mysteriös. Ich fürchte, da werde ich mir einmal einen Guide zurate ziehen müssen, weil ich da einfach nicht schlaut aus werde. Ah ja, das war dieses Höhlen-System, richtig. Vielleicht ist gerade dieses Höhlen-System das Rätsel-Lösung. Und ich meine, ich habe den einen Raum da oben ja auch noch nicht geflacht, wo ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie der jetzt zum Öffnen gehen soll. Der hier, ne? Immer da reinkommt. Ich habe... Keine Ahnung. Ja, würdest du bitte sein, ne? Hm. Ah, mit einer Granate, meine Lieben, I am Turok. Das reimt sich nicht, ich weiß. So, äh, ja. Noll, jetzt haben wir das eine geschafft. Dafür stehen wir fairerweise wieder beim anderen an, ne? Ah ja. Da war es, glaube ich, irgendwo zum Tauchen, oder? So, ich merke mich nie die Stelle, wo man tauchen kann. Ja, ja, freie Trifte mit dem Kratler. Ah, Mist, das ist echt ein Rätsel, wie kommt man dorthin? Und der Part ist auch schon wieder zu Ende, es tut mir von ganzem Herzen leid. Aber wir haben immerhin einen Boss im Sieg, das ist ja schon mal was. Und wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich muss da mehrmals vorbeigelaufen sein. Aber auch an der Stelle, das gibt es sonst nicht anders. Meine schöne Rüstung ist kaputt. Ja, und wir sind eigentlich schon wieder hier am Ende, ne? Na, da muss ich mir einen Guide anschauen. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Da muss ich mir das anschauen, echt. Ich habe keinen Plan, wie man an der Stelle weiterkommt, echt. Na gut, ihr Lieben. Ich weiß, ihr wisst das ganz bestimmt. Ähm, ja. Und ergötzt euch gerade an meiner Tollbatschigkeit. Ich werde vielleicht nochmal den Spielstand laden, nicht speichern, um die Rüstung vielleicht nochmal im Ganzen zu bekommen. Mal schauen, ob es mir gelingen tut. Naja, gut, ihr Lieben. Das war es dann wieder für heute. Es tut mir leid, dass ich hier momentan hänge, aber das wird sich hoffentlich gleich bessern. Wie gesagt, ich werde mich gleich schlau draus machen und dann wird es bei der nächsten Aufnahmesession wird es uns schon leichter geschehen. So. Na gut, ihr Lieben. Wie gesagt, das war es wieder für heute. Ähm, ich bedanke mich wieder von ganz im Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.